jo freunde ganz herzlich willkommen heute geht es um die entfernung meiner gne wie vor ich glaube gestern sogar wie gestern berichtet habe ich ja ich glaube mittlerweile war das war sogar alles gestern oder war das alles gestern heute ist ja das war alles gestern ich habe gestern meine gne rausbekommen und ihr habt ja gestern das video gesehen und ich muss jetzt mal einen kleinen nachtrag machen das ganze ist im nachhinein doch nicht so angenehm wie gedacht also mit der entfernung alles gut bis jetzt bis jetzt auch noch nichts entzündet ich blende euch hier oben mal währenddessen ich rede vorsicht sehr eklig ab jetzt hier oben ein bild ein wie das ganze von innen aussieht ja folgendes ich habe jetzt in als ersatz als die gne rausgenommen wurde als ersatz um den kiefer in der position zu halten diesen draht rein bekommen und dieser draht ist wirklich sehr dünn und scharf mit scharf meine ich wirklich scharf beim sprechen tut mir extrem die zunge weh die zungenoberfläche an beiden seiten wird permanent bei jedem wort was ich sage gerieben quasi gerieben an diesem scharfen stück draht was jetzt im mund habe und das macht es wirklich extrem belastend zu sprechen und extrem belastend überhaupt irgendwas zu machen weil es einfach so ein permanenter ekliger schmerz meine einzige angst ist jetzt habe dass jetzt durch geht über die zwei monate hinweg eine schorfe schunk zunge habe weil das ja nie wirklich aus heilen kann weil mit dem wort was ich sage wird eben die dass die reibung an dem scharfen ding extrem verschlechtert falls ihr also die gne entfernt haben bekommt fragt bitte vorher nach ob ihr auch einen eine schiene quasi rein bekommt so wie ich es ist ja keine schiene ist einfach nur ein draht der den kiefer so ein bisschen in der position halten soll meine erste idee die ich jetzt habe die ich jetzt mal morgen und die nächsten tage ausprobieren möchte und werde ist das jetzt da könnt ihr auch schon im bild hier sehen ich habe links und rechts da auch schon wachs reingemacht gerade eben es gibt vom kiefer orthopäden der gibt einem immer wenn man zahnspangen bekommt so ein wachs mit weil es oft irgendwo stechen kann und piksen kann und das werde ich jetzt mal probieren über die nächsten tage eben jeden tag da was rein zu machen und gucken ob es damit besser wird und gegebenenfalls dann hier noch ein update machen aber das ist auf jeden fall ein sehr negativer punkt wie gesagt gestern in dem punkt die gne entfernung war wenn die betäubung gut ist kein problem ihr seht hier oben auch die ganzen die ganzen löcher wo die schrauben drin waren könnt ihr euch ganz genau anschauen wisst ihr auch ungefähr wie es sich bei euch in drinnen danach aussehen könnte und dass er wohnt euer mund schon von hause aus danach ziemlich wohnt ist plus die zunge jetzt gerade auch fast angeschwollen ist es ist wirklich eklig vom 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 sprechen und tut wirklich weh genau ja ansonsten hat sich nicht viel getan ich bekomme die lücke ist fast so wie man sehen kann ist alles easy und ja in circa zwei monaten ist die kiefer und die oberkiefer und der kiefer op und bis dahin werde ich euch hier fleißig weiter mit updates versorgen freunde wie gesagt schmerzen also es ist wirklich ein ekliger schmerz ich würde ich würde es keinem antun das ist wirklich extrem eklig wie an den beiden kanten links und oben rechts die zunge an beiden ecken extrem doll gerieben wird nichts desto trotz freunde ich wünsche euch viel spaß bei eurer op bei euren themen die ihr habt im leben schönes jahr 2019 haut rein euer samuel lift ist out of lifting freunde ciao